STRACK OUT! Oh, ne kleine Rückblende. My parents to come home now. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug- You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We kick his ass. That's what I'm thinking. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you. You watch your ass. Naja, das kennen wir ja schon. Drei Monate später. Wer ist das denn überhaupt? I still can't believe we went through all that commissary food in three months. It seemed like so much at the time. Maybe you shouldn't have opened the door. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. The rabbit's hardly a meal mark, but I'd take it. We're all hungry. Okay, wir wissen schon mal, dass er Mark heißt. Da wirst du Lily fragen müssen. Er hat eine Familie auf, die er aufpassen muss. Der hat mit jedem ein Problem. Aber so wie es sich das anhört, scheinen wir wenig zuerst mal zu haben. Und anscheinend brauchen wir schnellstmöglich Nahrungsmittel. Ja, aber auch nur, weil ich da nicht drauf vorbereitet war. Oh, ein Vogel. Ich glaube, das ist jeder von uns. Was war das? Wo kam das her? Okay, von links. Was sind das für Typen? Was sind das für Typen? Jesus Christ. Oh shit. Nein, nein. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave. I swear. Lee. You guys okay? Get it off. Get it off. Goddammit. Get it off me. Travis. Maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Hm? Why the fuck is there a bear trap out here? I don't know, man. What the hell happened? Mr. Parker said we should stay off the streets. We were trying to be careful, but... Lee, this is fucked up. We've got to help him. Please. Ben, shut up. My dad was special forces. I know what I'm doing. Just get him out. After that you can leave us or whatever. I don't care. Please. We gotta get him out of there. Oh God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Ja, ich glaub da kommt mir schon was angelatscht. Jo. Lee, this trap has been altered. There's no release latches. Oh no. Jetzt haben wir ein Problem. Ah, damit die Kette durchhauen. Please. 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 Please hurry. Oh God. Please save him. Try to get the chain. Dammit, this is bad. Do you think you can get it open? Just get me out please. All that blood and screaming. Let's go. Come on. Do something. Ja, come. Bein muss ab. Oh God. It has to be now. To cut you out. No, no, no. Try the trap again. Anything. Please. Dammit, Lee. Just cut off his fucking leg. We don't have time for that. I'm sorry. But we have to go. Now. Oh, lecker. Und ein letztes Mal. Ja, von wegen Special Force. Was? Müssen wir aber schnell hier. Ist aber schnell. Oh, na ganz toll. Oh, no. Oh my God. Help! Help me! Oh. Okay. War aber schon gut was her gemacht hier. Schöner Sound davor. Blutiger. Handabdruck? Ja, aber was bringt einem die beste Festung, wenn man nichts zu essen hat? Ja, aber nicht nur auf dem Weg, aber nicht nur auf dem Weg. Die Gäste öffnen! Wir haben uns getötet! Shit! Was die hellen sie machen? Komm, komm! Oh mein Gott! Was ist passiert? Was ist passiert? Lee, bist du okay? Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken! Lee! Lee! Was ist das? Du kannst nicht nur bringen neue Leute hier! Was denkst du? Hey, willst du dich aufhörst? Hey! Was ist dein Geist? Nein, ich bin nicht! Ich wollte wissen, warum du denkst, dass du mehr Mals zu füllen war eine gute Idee war! Ich dachte, dass wir seine Leben aufhörten. Ich bin derjenige, der sich aufhörte. Das macht mich aufhörbar. Das war eine dumme Sache. Wir sind nicht aufhörbar für alle schwierige Survivor, die wir sehen. Wir müssen uns auf unsere Gruppe fokussieren. Hier, jetzt, jetzt! Komm, Lilly! Das sind Leute! Leute, die versuchen zu überleben, wie wir. Wir müssen uns zusammenhängen, um zu überleben. Die einzige Grund, warum du hier bist, ist weil du viel Essen hast. Enough für alle uns. Aber das Essen ist fast weg. Wir haben vielleicht eine Woche lefte. Und ich glaube, dass du nicht viel Essen machst, hast du? Um, nein? Okay, dann geht es gut. Willkommen zu der Familie, kid. Komm her an, was ich gemacht habe. Was? Nein, ich... Komm her an, okay? Du kennst, du denkst, du bist der Leiter von dieser kleinen Gruppe. Aber wir können unsere eigenen Gäste entscheiden. Das ist nicht dein eigen... Personal Diktator. Hey! Ich habe nicht gefragt, um diese Gruppe zu führen. Jeder war glücklich, dass ich mich verabschiedet habe, wenn es genug ist, wenn es genug ist. Aber jetzt, dass es rauskommt... Es ist egal, wer das Sagen hat. Es ist egal, wer das Sagen hat. Es ist egal, wer in charge ist. Es sind jetzt die Leute. Ich glaube, wir müssen nur entscheiden, was nächstes passiert. Nein, Lee, es ist egal. Eine Person kann nicht alles in charge sein. Du weißt, es könnte sicher sein, dass du auf der Fresse sitzen. Aber später oder später, du musst entscheiden, welchen Seite du bist. Ich sehe keinen von dir, um die schweren Entscheidungen zu machen. Meine Frau hat mehr Balls als alle von dir. Oh, halt die Fresse. Ja. Warum nicht du helfen Mark mit dem Wall? Du glaubst, dass das einfach für mich ist? Jeder hat mich zu verholt, weil ich die Fresse rationsst. Aber niemand will es. Du weißt, was? Ich mache es nicht heute. Du mach es. Es gibt heute's Fresse, aber es ist nicht genug für alle. Schöne, was du? Na super. Du hast nur vier Nahrungsgegenstände für zehn hungrige Leute. Ja, ganz geil. Der alte Penner kriegt schon mal nichts. Erstmal kriegen die Kinder. Wie gesagt, erstmal kriegen die Kinder. was zu essen. Wie gesagt, erstmal kriegen die Kinder was zu essen. Halben Apfel. Ich liebe Apfel. Ich liebe Apfel. Dankeschön. Sind es noch mehr? Nein. Das war die letzte. Oh. Ähm. So. So. Cracker und Käse geben. So. Wer kriegt denn jetzt hier noch was zu essen? Ähm. Ich glaube, wir geben Mark was. Boah, Alter ey. Okay. 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 Aber klar dürft ihr meine Axt benutzen. Kannst gar nicht die Axt ins Schädel kriegen, Alter. Ja. Das ist doch. Und was sollst du es tun? Haha. Das stimmt. Ich meine, ich verkeine was ist. Aber du zwei zerstörst dich zu versuchen. Die einzige Sache muss ich erst machen. Die einzige Sache muss ich machen, ist schädelte meine Kinder. Und jetzt in der Moment ist das bedeutet, Es ist noch einmal was zu essen da. Ich gebe das Essen jemand anderem. Oh, ich bekomme noch was zu essen. Aber klar. Ja, ganz genau. Gott, oh Gott. Nicht zu freundlich. Nicht zu freundlich. Dann gebe ich Kenny das letzte. Es ist nur einmal Cracker und Käse da. Ja. Ja, ich habe ihm etwas. Ja, dann hand es über. Ich bin starved. Danke. 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 Oh, weil du jetzt einmal auch nichts zu essen gekriegt hast, oder was? Ja. Ich sehe dich nicht so, dass du das, das Schuss. Ken, Lee. Komm her, bitte. Er hat nicht gemacht, hat er? Er hat zu viel Blut verloren. Gott, verdammt. Ich bin sicker. Ich bin schwanger. Ken, komm zurück. Es ist nichts... Ach, scheiße. ...dass der so schnell wiederkommt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Alter. Jetzt lass mich halt mal in Ruhe. Ja. Ja. No problem. We gotta watch each other's backs, right? Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed! Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word! But he wasn't bitten, I swear! Well, your not-bitten friend here came back to life and tried to kill my wife! What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite, that does it! You come back, no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Wir sind alle infiziert? Oh, wir sind alle infiziert? Everyone? I, I guess so. I don't know, I, all I know is that I've seen people turn, who I know were never bitten. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think? I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning, and... God. Oh, oh. Wir bekommen Besuch. Oh, it works. Of course it works. I told you. Shit, where'd this string come from? Watch where you're walking, man. Who are those people? I don't know. I think you know who they are. What? How could I? They showed up right after you got here. I don't know anybody in this town, I swear. No one's still alive anyway. There's just two of them. We need to make a stand. No. We have a routine. We don't confront them if we don't have to. You all right? Yeah, just getting untangled. I don't know how you're still alive, man. Sorry, Lily. We gotta do this. That's far enough. Oh, shit. Okay, okay. No problem. You're not a number here. Just turn around and go back. Okay, that's fine. But you'd really be helping out a fellow survivor, if you could part with some extra gas before we leave. We have to do it. What do you need gas for? Our place is... Protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. If you all be willing to lower your guns, we can talk about some kind of trade. How y'all doing on food? We got plenty at the dairy. Okay. Okay. Lee, why don't you and Mark check the place out? See if it's legit. I'll go too. Improve the numbers in case we run into anything dead. So, uh... What do you all think? Okay, we're going to another guy. We'll bring some gas to your dairy. In exchange, you give us some food to bring back. We'll see how it goes from there. Sounds fair. A couple gallons should power one of our generators for a while. So, this dairy, you guys really have food? Sure do. We lost most of the cattle, but we still have lots of milk, butter and cheese stocked up. And with the vegetables we grow, we got plenty of food. Thanks for coming along, Doug. Sure. I'd like to get a look at that electric fence they talked about. It might give me some ideas for something I can rig up at the motor end. Can an electric fence really stop walkers? Well, as long as the walker is completely dehydrated and the fence has enough juice, yeah, it seems plausible. The electricity basically cooks you from the inside out, right? I guess so. So, if a walker stays in contact with the fence, it'll eventually cook its brain. Probably takes a while, though. And that can't be a good smell. Unless it smells like jerky. What do you have to have? What's that you got there? Oh, nothing. It's just a laser pointer I picked up during our last trip to the drugstore. I mean, thank God, Lee showed up when he did. Right, Lee? Yeah, why don't you tell us a little more about yourself, Lee? Where are you from? Ich ziehe viel umher. Ich trau' denen nicht. Es ist eine Demokratie. Thema wechseln. Well, the kid here's our newest arrival, but we're all looking forward to some food. We really need it. Well, here's to helping each other out. Well, we'd love to get you all out to the dairy. Like I said, we got plenty of food, and quite frankly, we could always use an extra helping hand. In the summers, I used to help out on a goat farm. Yeah, that's great. Everything helps. Mama's been running the dairy for as long as I can remember, but now it's getting... You think you're going to cut me out of this? Shit, get down. No one's trying to cut you out of anything. No one's trying to cut you out of anything. You're always pulling this shit. Who? Those look like the people who raided my camp. Who are they? Shit. Fuck you. You knew we were hungry. And you guys were keeping it all for yourself. What should we do? Yeah, and you know what? We ate it all. What are you going to fucking do about it? Don't worry, Danny and I have you covered with something. They're talking about eating. We should wait this out, and hope they move on. Ooh. Oh, der dreht aber voll ab. Na, der steht doch auch irgendwann auf. Oder? Naja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao. Ciao.